Die Woche der Trödeltiere von Martin Klein Der Schleichschneckenzauber Es ist Montagmorgen in aller Herrgottsfrühe. Pablo liegt gemütlich in seinem Bett und schläft. Sein Atem klingt, als sei er ein gemächlicher Spaziergänger ohne besonderes Ziel. Im Zimmer nebenan schläft Pablos Mutter Henriette. Ihre Atemzüge hören sich an, als könnten sie das Aufwachen kaum abwarten. Henriette schläft wie ein Läufer, der sogar im Schlaf rasch ins Ziel kommen will. Aber Henriette schläft nicht nur eiliger als Pablo, sie macht alles schneller als er. Rennen zum Beispiel. Pablo würde seine Mutter gerne mal bei einem Wettlauf überholen. Manchmal träumt er sogar davon. Dabei wird allerdings auch der gemütlichste Traum schnell hektisch. Pablo bremst dann lieber ab, pflückt ein Gänseblümchen und lässt Henriette selbst im Traum ihren Vorsprung. Er hasst Eile nun einmal, ob wach oder im Schlaf. Seine Mutter hingegen wäre gern so entspannt wie er. Oft seufzt sie, Pablo, mein schluffiger Schlummer Schatz, einmal nur möchte ich deine himmlische Ruhe haben. Manchmal sagt Henriette statt deine himmlische Ruhe auch deine lange Leitung oder deine einmalige Trödeltransusigkeit. Aber das ist nicht böse gemeint. Seit neuestem aber soll ein rundlicher kleiner Mitbewohner dafür sorgen, dass auch Henriette himmlische Ruhe genießen kann. Und das kam so. Pablo begleitete seine Mutter in einen Laden, wo es Kristalle, Klangschalen, Riechhölzer und jede Menge gemütlich aussehende dicke Männchen zu kaufen gibt. Die saßen der Größe nach geordnet in einer Vitrine, allesamt im Schneidersitz, mit Glatze, Mondgesicht und kugelrundem Bauch. Sie grinsten wie Honigkuchenpferde und der kleinste von ihnen grinste am breitesten. Was sind das für Figuren? fragte Pablo. Das sind Buddhas, sagte Henriette, die gerade ihren Einkauf bezahlte. Das klingt nett. Und wozu sind Buddhas da? Buddhas sind buddhistische, ähm, also sie sind, ähm, erleuchtet. Erleuchtet? wiederholte Pablo. Sind da Glühbirnen drin oder was? Henriette schaute hilfesuchend zur Verkäuferin. Man sagt, dass Buddhas den Menschen zu vollkommener Ruhe und Zufriedenheit verhelfen, erklärte die Verkäuferin mit gurdender Stimme. Können sie etwa zaubern? fragte Pablo. So ähnlich, die Verkäuferin lächelte mild. Pablo aber stieß seine Mutter aufgeregt an. So ein Buddha ist was für dich. Mit dem bekommst du himmlische Ruhe. Ein anderes Mal vielleicht, sagte Henriette und wandte sich zur Tür. Jetzt müssen wir uns beeilen. Wir müssen noch zum Schuster und zur Post. Die macht gleich zu. Und dann noch zum Bäcker. Wie lange hat der eigentlich auf? Und, äh... Schon gut, rief Pablo und hastete Henriette hinterher. Am nächsten Tag aber kehrte er zurück, kaufte von seinem Taschengeld den kleinen Buddha mit dem extrabreiten Grinsen und schenkte ihn seiner Mutter. Das ist Buddi, aus vergoldetem Zauberstein, erklärte er Henriette, die sehr gerührt war. Seitdem sitzt Buddi im Wohnzimmerregal und Pablo wartet darauf, dass er Henriette zu mehr Ruhe verhilft. Ring, bing, dingeling, ringdong, dingelong. Henriettes Wecker rasselt los. Schon reißt Henriette die Tür zu Pablos Zimmer auf und knipst das Licht an. Von Pablo ist nichts zu sehen. Auf seiner Bettdecke sind Dinosaurier abgebildet, die am Montagmorgen immer sehr verknautscht aussehen. Unter der Decke zeichnet sich ein Körper ab. Vielleicht so groß wie ein siebenjähriger Junge. Aufwachen, mein Schatz, die neue Woche fängt an, ruft Henriette munter und ist auch schon wieder aus Pablos Zimmer gefegt. Unter der Dinosaurierdecke klingt der Lärm, den sie erst im Bad und gleich darauf in der Küche macht, gedämpft. Zwischendurch trappeln schnelle Schritte ins Kinderzimmer. Pablo, bist du wach? Die Bettdecke bewegt sich nicht und auch die Bettdeckensaurier zeigen keine Regung. Die schnellen Schritte trappeln zurück.